Sie sind jung und doch schwer krank. Junge Erwachsene mit der Diagnose Krebs. Es ist ja letztendlich das finale CT und wo sich entscheidet, ob jetzt auch die Bestrahlung angeschlagen hat, ob der Tumor nun wirklich vernichtet wurde und schon wahnsinnig große Angst. Lisa hat Lymphdrüsenkrebs. Sie wurde operiert, bestrahlt, erhielt Chemotherapie. Ein der ersten Nachkontrolle steigt Panik auf. Julian weiß seit zwei Jahren, dass er gegen einen aggressiven Knochenkrebs in seiner Wirbelsäule kämpfen muss. Ich habe jetzt nicht vor dem Moment des Sterbens Angst, aber ich habe Angst halt, die Leute, die ich liebe und die Leute, die mich lieben, zu verlieren. Das ist sicherlich die größte Angst, die mitschwimmt. Natürlich auch so ein bisschen vor dem Moment, dass mir irgendwann mal jemand mitteilt, sie haben jetzt noch x Monate zu leben, also so eine genaue Zahl zu haben. Da habe ich auch Angst vor. Carolina erkrankt mit 16 an einem Gehirntumor. Sie wird operiert, doch der Krebs kommt wieder. sie wird wieder operiert und auch bestrahlt. Und sie weiß inzwischen, dass eine Heilung ungewiss bleibt. Vor drei Jahren hätte ich es auch nicht geglaubt, dass er nochmal zurückkommt. Ich hoffe es natürlich nicht, aber ich kann es ja nicht wissen. Ich weiß, wenn ich etwas älter bin, weiß ich, dass er zurückkommen wird und dann aggressiv. Wird mir ja schon praktisch eine Garantie für gegeben. Wir begleiten Lisa, Julian und Carolina bis zu ihren nächsten großen Untersuchungen. Karolina lebt in der Nähe von Aachen. Sie geht noch ins Gymnasium in die zehnte Klasse. Da melden sich die ersten Symptome. Sie fühlt sich oft schwindelig, sieht schlecht und hat häufig Kopfschmerzen. Schließlich entdeckt man den Tumor. Er wird entfernt, aber drei Jahre später ist er wieder da. Ich habe das jetzt zweimal durchgemacht. Ich bin zweimal durch die Hölle gegangen, habe aber auch viel daraus gelernt. Ich bin jetzt sozusagen ein Mensch, der jetzt zehn Jahre weiser ist als sonst alle in meinem Alltag. Ich bin ja 20 Jahre alt und ich denke, das hat mir aber auch viel gezeigt, was wichtig ist und halt, dass ich auch mich selber auch aufpassen muss. Nach dem Abitur beginnt die Ausbildung zur Zahnarzthelferin. Wenig später wieder der große Schock. Ich habe gerade halt die Ausbildung im September angefangen und Ende September habe ich halt die Diagnose bekommen und direkt am 2. Oktober wurde ich dann operiert, weil die OP wieder notwendig war halt. Und ja, dann haben sie mir auch danach gesagt, dass es leider nicht alles entfernt werden konnte und dass eine Strahlentherapie notwendig ist. Beim ersten Mal, da war die Therapie halt nicht notwendig, weil sie dachten, dass ich es auch ohne schaffe, dass es dann nicht mehr wiederkommt. Ich bin dieser ein Drittel, wo es wiederkommt. Super. Sie spürt die Folgen der Behandlung. Kopfschmerzen, Konzentrations-, Sprach- und Gedächtnisprobleme. Dennoch will sie ihre Ausbildung zur Zahnarzthelferin nicht unterbrechen. So wie als Schülerin, da wollte sie auch nicht pausieren. Bei der ersten Diagnose war es kurz vor den zentralen Abschlussprüfungen und ich kam mir auch nicht auf die Idee, die irgendwie zu verschieben oder ein Jahr zu wiederholen. Ich wollte die unbedingt schaffen und ins Abi gehen. Und nach dem Abi dachte ich mir so eine Ausbildung. Und sobald ich sie begonnen habe, direkt die Diagnose, da breche ich doch mich ab und jetzt habe ich es ja auch geschafft. Ich bin eineinhalb Jahre schon fast dabei. Und wieso sollte ich aufhören? So, dann kommen Sie einmal mit. Können Sie gerne Platz nehmen. So, wie geht es Ihnen denn heute? Gut. Ja? Ja, auch. Ich mache Ihnen die Kopflehne hier mal ein bisschen angenehmer. Ja? Ja. Super. Dann kriege ich sie einmal ein Letzchen. Die Strahlen, die den Tumor besiegen sollen, machen Müde. Sie wehrt sich gegen die Erschöpfung. Das war auch sehr, sehr anstrengend. Also ich kam dann nach Hause von der Bestrahlung und war platt. Ich konnte nichts mehr machen. Dann habe ich mich noch auf die Couch gelegt, fast gegessen und war fertig mit der Welt. Also war sehr, sehr anstrengend. Guten Tag. Hallo. Wie geht's? Gut. Und Ihnen? Mir geht's auch gut. Was können wir denn heute für Sie tun? Ärzte, Krankenkassen und Arbeitgeber lassen Carolina selbst entscheiden, ob und wie viel sie arbeiten möchte. Sie könnte sich auch vollkommen ihrer Rehabilitation widmen. Dennoch will sie möglichst jeden Tag in die Praxis. Ich würde es sich schildern als sehr, sehr tapferes Mädchen. Es war ein großer Schock für alle. Wir haben das natürlich völlig freigestellt. Wir haben mir immer angeboten, sobald es dir gut tut, komm vorbei, arbeite eine Stunde, arbeite zwei Stunden. Und ich bin der Meinung, es hat ja auch gut getan. Gerade wenn man dann wahrscheinlich ein wenig Ablenkung erfährt von seinen eigenen Krankheiten oder von dieser schweren Krankheit. Das tut mir nicht gut, wenn ich nur zu Hause sitze den ganzen Tag, darüber nachdenke, dass ich krank bin. Und dann wurde ich dann vom Krankentransport hier bei der Arbeit auch abgeholt und die haben mich dann halt zum Klinikum gefahren für die Therapie. Endlich. Super. Bitte eine Stunde nichts essen. Sollte noch was stören, dann können Sie natürlich jederzeit wiederkommen. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Dann machen wir noch einen Termin. Ja. Tschüss. Hier in der Praxis sind mir die ersten Haare ausgefallen. Das war für mich wie ein Schlag ins Gesicht. Dann bin ich direkt nach hinten gerannt, habe meine Mutter geschrieben, das soll mich abholen kommen. Und sobald ich hier raus war, war ich nur am Heulen. Leipzig. Lisa in unbeschwerten Tagen. Sie ist kurz vor dem Abschluss ihres Studiums. Die ersten Anzeichen ihrer Krankheit, häufiges Husten, Gewichtsverlust und Müdigkeit, nimmt sie kaum wahr. Die 26-Jährige wohnt mit ihrem Freund Oliver zusammen. Gemeinsam erinnern sie sich an die Zeit vor der Diagnose. Auf den Urlaubsbildern aus dem Sommer vor einem Jahr ist nicht zu erkennen, dass Lisa bereits todkrank ist. Da war echt eine traumhaft schöne, märchenhafte Stimmung, ne? Ja, sieht so aus wie eine Prozesse mit ihnen haben. Das dauert wohl eine Weile wieder, bis man solche in der Frise machen kann. Schließlich entdecken die Ärzte einen Lymphdrüsenkrebs. Sie entfernen aus ihrem Brustkorb einen 20 Zentimeter großen, bösartigen Tumor. Anschließend wird Lisa bestrahlt und erhält sechs Zyklen Chemotherapie. Man fühlt sich wie von innen vergiftet durch diese Chemotherapie. Also es ist ein Gefühl, was ich davor noch nie erlebt habe. Ganz unschön, die Knochenschmerzen und von innen heraus fühlt man sich einfach ganz schlecht. Ich wollte irgendwie kaum Besuch von Freunden im Krankenhaus haben, weil ich auch irgendwie nicht wollte, dass sie mich so sehen. Und ich habe dann relativ schnell nach der ersten Chemotherapie auch meine Haare verloren und auch meine Augenbrauen, meine Wimpern und sah einfach so wahnsinnig krank aus. Vor drei Monaten endete die Behandlung. Noch hat sie kein finales Ergebnis. Hat die Therapie wirklich angeschlagen? Ist der Tumor vollständig vernichtet? Kann es sein, dass er wiederkehrt? Ja, die Diagnose hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Es war schließlich eine Diagnose von heute auf morgen ohne Vorwarnung oder jegliches. Eigentlich ja nur ein Zufallsbefund. Und eigentlich stand ich mitten im Staatsexamen, war kurz vor meinen ersten mündlichen Prüfungen und lag plötzlich auf der onkologischen Station. Und auf einmal war alles anders. Hab eigentlich an nichts anderes mehr denken können in den ersten Wochen und wollte auch gar an nichts anderes mehr denken. Hab eigentlich nur noch letztendlich die Wand angestarrt, war völlig blockiert von meiner Angst. War eine Todesangst, einfach Angst zu sterben. War schwierig. War sehr, sehr bescheiden. Sie hat gerade gesagt, sie hat sich verändert. An dem Punkt, das war am Anfang was sicherlich so, was sie sehr, wie sie beschrieben hat, gelähmt vor Angst. Besonders für heute hab ich nur neben mir gesessen und ihre Hand gehalten. Ohne ihn an meiner Seite hätte ich das Ganze niemals durchgestanden und hätte gar keinen Lebenswillen mehr gehabt. Wenn ich ängstlich war, hat er mir die Angst genommen. Wenn ich mir irgendwelche Sorgen gemacht habe, war es nach einem Gespräch mit ihm gleich, sah es immer gleich viel besser aus. Und ich war wieder beruhigter und er hat mir wirklich die Kraft gegeben zu glauben, dass das irgendwie alles wird, dass wir das alles hinkriegen. Und dass es auch ein Leben nach der Krankheit geben wird und dass wir diese Krankheit zusammen besiegen werden. Seit dem Ende der Chemotherapie baut sie wieder Kraft auf. Es fühlt sich echt gut an, wieder fitter zu werden, peu à peu und draußen sich sportlich betätigen zu können. Vor einem halben Jahr sah alles noch ganz anders aus. Da gab es Tage im Krankenhaus, in denen ich zu den Untersuchungen im Rollstuhl gefahren werden musste. Und jetzt stehe ich schon wieder auf eigenem Bein und kann so sportlich aktiv sein. Das hätte man damals nicht gedacht. Das macht mich auch mächtig stolz. Morgen früh um 9 Uhr geht es dann los. Ich werde dann für drei Tage lang Chemotherapie kriegen. Und das jetzt für insgesamt ein Jahr. Aber eigentlich freue ich mich gerade, dass es losgeht, weil ich weiß, da wächst was in mir und es muss weg. Und deswegen starte ich jetzt. Mit 24 erkrankt Julian aus Mainz zum ersten Mal an einer besonders aggressiven Form von Knochenkrebs. Kurz vorher läuft er noch einen Halbmarathon. Danach nimmt er dieses Video auf. Ich weiß noch nicht, wer dieses Video sehen wird. Aber irgendwer wird es sicherlich sehen. Und ich möchte einfach festhalten, was es bedeutet, in so jungen Jahren, also ich bin 24 Jahre alt, und in so jungen Jahren so eine schwere Krankheit zu erleiden. Es folgt die Chemotherapie. Zwei Jahre später kehrt die hochaggressive Krankheit zurück. Zwei Tumore am Rückgrat werden entfernt und er muss wieder an den Tropf. Das sind halt die ganzen Medikamente, die mich irgendwie unterstützen gegen die Nebenwirkungen der Chemotherapie. Das ist ein Magenschutz. Das sind dann hier auch so Elektrolytlösungen, wenn ich zum Beispiel starken Wasserverlust irgendwie durch Durchfall oder so habe. Und teilweise beruhigende Medikamente oder appetitanregende Medikamente gegen Magenkrämpfe. Verschiedene stärkere Schmerzmittel. Kann auch sein, dass so eine Chemo mal ganz starke Kopfschmerzen verursacht. Täglich muss er zur Behandlung. Die Therapie gibt den Tagesrhythmus vor. Julian weiß, je öfter der Tumor wiederkommt und streut, umso geringer die Aussicht darauf, wieder ganz gesund zu werden. Seine Chancen auf Heilung liegen unter 50 Prozent. Als mir mein Onkologe die Ergebnisse mitgeteilt hat, dass es eben Metastasen waren. Ich würde sagen, der erste Gedanke war, scheiße, es geht wieder von vorne los. Also ich dachte, dass ich da direkt anfange, irgendwie loszuweinen und meine Emotionen rauslassen kann. Aber tatsächlich war es eher wie so eine Schockstarre, dass ich ja erstmal handlungsunfähig war. Und du weißt, jetzt kommt wieder eine sehr ungewisse Zeit mit ungewissem Ausgang. Für den 26-Jährigen ist die Mainzer Uniklinik zur täglichen Anlaufstelle geworden. Die Übelkeit ist besser geworden? Ja, gestern Abend war es mir schon ziemlich schlecht, aber jetzt heute Morgen geht's. Hast du noch mal was eingenommen? Nee. Sehr schön. Sehr gut. Chemo ist Teil meines Lebens, der mir ein Leben rettet oder verlängert. Und dementsprechend habe ich da eigentlich sehr gut mit so abgeschlossen, was das dazu gehört. Natürlich habe ich mich gefragt, ist das jetzt irgendwie so eine Schicksalssache oder was von Gott. Ich selber bin jetzt nicht gläubig, ich bin aber auch kein Atheist, mich da irgendwo dazwischen ansiedeln. Ich habe das wirklich sehr schnell abgetan als Laune der Natur. Ich möchte mich mit der Frage nicht beschäftigen. Ich akzeptiere das, dass das so ist und dass dann niemand anderes was für kann. Die Klinik ist für heute überstanden. Und wie so oft trifft er zur Mittagspause seine Freundin. Julia arbeitet in einem Verlagshaus. Wenn ich merke, ihm geht's schlecht oder so, das würde ich in jeder anderen Beziehung auch machen, dann versuche ich für ihn da zu sein. Und ja, also deswegen so viel, ich weiß nicht, was mich dann so motiviert, das so zu machen. Das sind, glaube ich, Gefühle und es ist auch einfach schön, wenn es ihm dann wieder gut geht. Und ja, so mache ich das dann. Das Paar durchlebt immer wieder dramatische Situationen. Da hatte ich ja sehr starkes Fieber, habe sehr starke Nebenwirkungen gehabt, teilweise halluziniert. Und da hatten wir beide ein bisschen Angst, dass ich den Tag da nicht überlebe, wenn man ehrlich ist. Und da hat sie mich schon krass durchgebracht, also ich war psychisch wirklich am Ende, hatte Herzrasenangstzustände. Und da hat sie immer wieder gesagt, hier, es wird wieder, du kommst jetzt gleich auf Station, dein Fieber wird senken und dann wird es dir wieder besser gehen und so. Das war so ein Moment zum Beispiel. Sie sind eng vertraut und zusammengeschweißt, auf besondere Weise. Die Beziehung, die hat mich wirklich durch die Krankheit richtig gut durchgetragen. Ich weiß, ich habe schon öfter zu Julia gesagt, dass wir uns tief in die Augen geguckt haben und ich habe gesagt, ich wüsste nicht, wie ich das jetzt ohne dich alles gepackt hätte. Hallo. Ich hätte gern zwei Bällchen in der Waffe, einen Erdbeer und einmal Joghurt-Holunda. Holunda-Minze. Es ist ja trotzdem unbeschwert und schön, vielleicht sogar ein Stück weit noch unbeschwerter, weil ich noch dankbarer bin, dass ich gerade am Leben bin. Was ich vorher, da hatte ich überhaupt kein Bewusstsein für. Man macht sich ja vorher keine Gedanken um sein eigenes Sein und seine Existenz. Das sind Fragen, die sich ein Anfang 20-Jähriger, glaube ich, selten stellt. Chemo- und Strahlentherapien stören das Wachstum der Zellen, nicht nur im Tumor. Sie beeinflussen das gesamte Aussehen, die Haut und sie wirken oft auf das Haarwachstum. Das war eigentlich wirklich das Schlimmste an der Therapie für mich, dass meine Haare ausgefallen sind, mehr als es eigentlich sollte. Und ich bin froh, dass ich mir doch eine ganze Perücke geholt habe und nicht so eine Teil-Perücke, weil mir sind ja doch vorne alle Haare weggefallen. Und das war eigentlich sehr belastend für mich, weil ich mich gar nicht so kenne. Meine Haare sind für mich schon immer mein Heiligtum gewesen. Da lag ich eigentlich abends immer nur im Bett und hab überall vor mich hingeweint. Ja, aber mittlerweile habe ich es akzeptiert, dass sie weg sind und neu gekommen. Und jetzt habe ich totale Locken und dunklere Haare. Finde ich total komisch. Aber finde ich aber auch nicht so gut. Ich hätte gerne meine glatten Haare wieder. Ich habe gesagt, bevor sie nicht Schulter lang sind, schneide ich keinen einzigen Zentimeter ab. Ja. Ja, meine langen Haare vorher. Da sieht man einfach, wie lang die waren. Das ist schon normal. Du hattest das einfach aus wie eine Prinzessin. Ja, ich bin froh, dass ich diese Perücke nicht mehr tragen muss. Lea, Carolinas beste Freundin, ist vorbeigekommen. Guck dir mal meine Haare an früher. Du bist trotzdem noch wunderschön. Nicht so. Doch. Das war echt heftig, wo ich jeden Tag staubsaugt habe in meinem Zimmer, wenn du deine Haare auf meinem Boden waren. Guck mal, kannst du dich daran noch erinnern? Das war meine Bestrahlungsmaske. Wofür ist das Plus und Minus? Damit die wissen, wie die das ansetzen. Ach so. Denke ich mal. Ja. Aber da will ich nie wieder anziehen müssen. Ich hoffe es für dich. Ja, ich auch. An einem Abend kam sie zu mir. Und sie hatte ihre Untersuchung, das hatte sie mir erzählt. Und dann meinte sie zu mir so, ich glaube ich habe wieder Krebs. Sie haben angerufen. Normalerweise rufen die nicht an. Am nächsten Tag, ich habe ihr geschrieben. Ich bekam die ganze Zeit keine Antwort. Das hat mich schon so ein bisschen verwirrt. Irgendwas müsste da sein. Da hat sie einfach nur geschrieben, tu mir. Ich kam gar nicht mehr an sie ran. Überhaupt nicht mehr. Auch tagelang nicht. Also sie hat mir nicht mehr zurückgeschrieben. Keine Ahnung, also... Es war halt einfach kein gutes Gefühl, kein schönes Gefühl, dass eine Freundin so krank ist. Und so verzweifelt ist in vielen Sachen. Sie war ein Partymädchen. Also sie war auf jeder Party, die es hier überhaupt in Aachen gab. Sie kam in einen Raum rein und alle Leute wollten was mit ihr zu tun haben. Sie war sehr aufgeregt. Ich weiß nicht, sie konnte sich irgendwie mit jedem unterhalten, den sie gar nicht kannte. Und ja, das war Carolina. Carolina auf dem Weg zu ihren Freunden in der Gruppe Jung und Krebs in Aachen. Es ist jetzt hier keine Selbsthilfegruppe, sondern wirklich ein Stammtisch, wo wir uns jeden Monat treffen, was trinken, was essen, ein bisschen lachen. Alle haben oder hatten Krebs. Jan ist heute zum ersten Mal dabei. Die anderen verstehen einen, die haben die gleichen Probleme, man kann miteinander reden, egal was ist, egal was einen bedrückt. Oder auch wenn es etwas Privates ist, es ist total egal hier. Ja, wir sind hier einfach wir selbst. Was hattest du? Häntum? Auch? Ja. War es jetzt noch gar nicht so lange her. Holika-Tumor? Nee, Gedächtniszentrum. Ja. Ja. Das ist dann hier. Wie ist das? Ja. Wir meinen irgendwie einen linken Ventrikel, da wo das Hörnwasser sich sammelt. Auf jeden Fall, ich merke schon, dass ich seitdem schon oft Gedächtnisprobleme habe und schon schneller Sachen vergesse als früher. Also ich merke das schon auf jeden Fall. Ja, das hat jeder Auge. Ja, und vorher hatte ich glatte Haare und hellere. Klar merke ich das noch, dass ich noch nicht so fit bin wie früher, aber ich glaube, das werde ich auch leider nie wieder. Wenn ich kaputt bin von der Arbeit oder so, dann merke ich das direkt, dass ich mich nicht so schnell aufrappeln kann wie früher. Trotzdem, sie möchte so viel erleben wie möglich. Nach dem Stammtisch ist Carolina noch mit ihren beiden besten Freundinnen verabredet, Lea und Antonia. Ja, und bei dir? Erst einmal Mädelsabend. Ja, und bei dir? Ja. Das wäre Christian. Das ist Flo aus der Reha. Danach, wie jeden Freitagabend, Treff mit der Clique auf dem Parkplatz. Da hätte ich jetzt meine Freunde nicht, wüsste ich gar nicht, was ich alles machen sollte, würde ich glaube ich dem Selbstmitleid versinken. Meine Freunde sind wirklich neben meiner Familie das Wichtigste für mich an allem. Die geben mir halt Kraft, sind immer für mich da, hören mir zu, mit denen kann man Spaß haben, lachen. Ein kleiner Therapiehund, ne? Carolina zu Hause, bei den Eltern und Bruder Joel. Das auch schon? Ja. Ich schätze auf jeden Fall meine Familie viel mehr. Man sollte wirklich froh darum sein, dass man gesund ist. Mein Vater, den hat das ja auch sehr mitgenommen. Meine Mutter war distanziert, wollte auch es nicht wirklich wahrhaben, dass ich jetzt wieder krank bin. Ne, dann fahren wir noch. Da, hast du auch ein Stück? Warum nicht? Schmeckt dir auch? Nach der ersten OP habe ich ja gesagt, wenn das nochmal kommen sollte, würde ich mich nicht operieren lassen. Aber das konnte ich meinen Eltern nicht antun. Lisas großer Wunsch, unbeschwert ausgehen, wie die anderen auch. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass einige das Thema doch stark ängstigt. Und sie einfach nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil natürlich keiner damit rechnet, dass eine junge Frau mit 26 plötzlich so schwer erkrankt. Und ja, das war natürlich für alle erstmal ein Schock und ich denke mal, jeder geht damit unterschiedlich um. Aber ich muss sagen, man erkennt mit so einer Erkrankung, wer die wahren Freunde sind im Leben und auf wen man sich verlassen kann. Das war natürlich erstmal auch für uns ein Schock, also klar dachten wir, dass sie das alles schon durchgemacht hat. Wir versuchen das aber nicht so wirklich als Thema zu sehen, weil man weiß immer nicht in einem Augenblick, also wie oft sie solche Augenblicke hat, wo sie mal nicht dran denkt. Und da möchte man nicht unbedingt derjenige sein, der sich auch noch dran erinnert. Seit der Krankheit lebe ich den Moment und den Augenblick einfach viel bewusster und erfreue mich viel mehr an kleinen Dingen im Alltag. Und nehme vieles nicht mehr als so selbstverständlich hin, wie ich es vielleicht vor der Krankheit getan habe und sehe solche Abende gemeinsam mit Olli, mit Freunden als ganz wertvoll einfach an. Und die Zeit, die man hat, ist einfach viel zu schade, als sie mit schlechten Gedanken zu verbringen. Im Moment sind es Tränen der Freude. Lisa ist fast fertig mit ihrem Studium, als ihre Krankheit den Abschluss brutal unterbricht. Weil sie noch nicht als Lehrerin gearbeitet hat, erhält sie kein Krankengeld. Finanziell unterstützen sie jetzt ihre Eltern und Oliver. Eigentlich wäre man jetzt auch schon fertig und jetzt weiß man immer noch nicht so ganz genau, wann der Abschluss unendlich sein wird. Das ist natürlich schon ein wenig belastend, wobei das für mich jetzt auch nicht Vorrang hat. Also das Wichtigste ist für mich erstmal gesund zu werden. Das ist die höchste Priorität. Deutlich spürt Lisa die Nachwirkungen ihrer Behandlung. Zur Zeit habe ich halt immer noch ein bisschen mit Konzentrationsstörungen durch die Krebstherapie bedingt zu kämpfen und muss mal schauen, wie das denn mit dem Lernen wird. Weil es sind ja doch einige Prüfungen und man wird sehr, sehr viel intensiv lernen müssen innerhalb kurzer Zeit. Und ja, bis vor kurzem fiel es mir noch eben sehr schwer, einfach Freizeitbücher zu lesen, mich darauf zu konzentrieren oder auf längere Filme zu konzentrieren. Eigentlich will sie Grundschullehrerin werden und mit kleinen Kindern arbeiten. Lange hat sie sich darauf vorbereitet. Ob es nach der ganzen Sache der richtige Beruf für mich ist, weil man ja doch sehr stressresistent auch irgendwie sein muss. Und ob ich das dann wirklich kann, werde ich sehen. Aber das wird die Zukunft bringen. Julian ist derzeit krankgeschrieben. Der studierte Mediendesigner besucht seinen Freund Toni. Julian hat allen Freunden offen erzählt, wie es um ihn steht. Auch, dass er bald sterben kann. Das ist ein Risiko medizinisch auf dem Blatt Papier. Das ist von Anfang an klar und bewusst, dass es dabei ist. Aber daran zu denken, ändert nicht die Situation und hilft auch nicht. Ich finde da also wichtig, dass man immer optimistisch bleibt und versucht, egal wie schwierig die Situation ist, davon auszugehen, dass sie gut wird. Toni hat mit Julian zusammen studiert und schreibt die ersten Drehbücher. Gerne liest Julian die neuen Entwürfe, aber er hat nicht die Konzentration und Kraft, selbst zu schreiben. Was denkt Toni über Julians Zukunft? Ich denke, das ist individuell zu beurteilen. Aber bei Julian jetzt als speziell hatte ich nie das Gefühl, dass er sich nicht mit seiner Zukunft beschäftigen würde. Ich glaube, gerade das ist für ihn persönlich, aber auch vielleicht allgemein sehr wichtig, dass man immer dabei bleibt und mit der Zukunft und mit seinen Träumen plant. Allerdings, Julian hat im Moment kaum berufliche Wünsche. Es ist interessant zu sehen, wo die hinwollen und manchmal, also natürlich, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das macht mir nichts aus, ich vermisse dieses Leben gar nicht. Natürlich wünsche ich mir auch manchmal ein bisschen mehr zu planen, aber wie gesagt, das bringt auch seine Vorteile mit sich. Die schwere Krankheit hat Julians Blick auf die eigene Zukunft radikal verändert. Große, weite Ziele haben kaum noch Gewicht. Man hat sich vorher ja schon viel Gedanken darum gemacht, wo will man in ein, zwei Jahren sein oder vielleicht auch in fünf oder zehn. Und davon habe ich mich einfach komplett gelöst und das ist eigentlich auch ein befreiendes Gefühl. Ja, versuchen jeden, jeden Abend glücklich ins Bett zu gehen und das zu erreichen und nicht, was kann ich tun, dass ich in fünf Jahren glücklich ins Bett gehe. Das spielt für mich jetzt keine Rolle. Und zu seinem Glück gehört ganz besonders Julia, die er oft abends von der Arbeit abholt. Im Moment lebe ich ja so wie jeder Mensch. Ich weiß einfach nicht, wann ich sterbe und das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz beruhigender Gedanke. Wenn jeder sein Todesdatum wüsste, ich glaube, das wäre nicht so angenehm. Und das hoffe ich, dass es so bleibt eigentlich. Was magst du trinken? Ich würde eine Cola nehmen. Okay. Wir sprechen auch mal über den Tod, ja. Das kann man aber nicht, das geht bei uns auch nicht immer. Man muss schon so ein bisschen in der Lage sein. Manchmal will man das Thema einfach nicht so präsent haben. Aber ja, wir wissen beide voneinander, dass wir auch über diese Szenarien nachdenken und dass die in unserer Realität existieren. Aber wir lassen das jetzt auch nicht zu sehr in den Alltag rücken. Julian muss alle zwei Monate zur Kontrolluntersuchung. Über 14 dieser Termine hat er schon hinter sich. Jedes Mal empfindet er die Situation wie eine große Prüfung. Das ist einfach ein, ja, ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl. Und gleichzeitig freut man sich aber auch auf den Moment, das hinter sich zu bringen. Also, wie gesagt, diese Anspannung und dann aber auch diese Entspannung, die da so aufeinandertreffen, das ist schon sehr, sehr intensiv, sind die intensivsten Momente meines Lebens eigentlich. In wenigen Minuten wird Julian erfahren, ob der Krebs wieder gestreut hat. Ich habe jetzt nicht vor dem Moment des Sterbens Angst, aber ich habe Angst halt, die Leute, die ich liebe und die Leute, die mich lieben, zu verlieren. Und gleichzeitig auch vor Schmerzen, die mich möglicherweise noch erwarten, weil ich sag mal, das, was ich jetzt bisher erlebt habe, ist absolut ertragbar. Da habe ich schon Angst vor, dass mir irgendwann kein Schmerzmittel der Welt mehr hilft. Natürlich auch so ein bisschen vor dem Moment, dass mir irgendwann mal jemand mitteilt, sie haben jetzt noch x Monate zu leben, also so eine genaue Zahl zu haben. Da habe ich auch Angst vor. In der Klinik wird Julian bereits von seinem Onkologen Marius Fried erwartet. Die beiden Metastasen wurden ja schon entfernt. Da sieht man eben, dass narbige Veränderungen vorhanden sind, die sich zunehmend konsolidieren. Das bedeutet, der Körper erkennt natürlich, dass an der Stelle ein Eingriff stattgefunden hat. Und deshalb sieht das mal um einen Millimeter mehr oder weniger verändert aus. Aber letzten Endes ist das ein für uns vollkommen zufriedenstellendes Ergebnis. Dann geht es weiter mit der Therapie, ganz normal, Zyklus 8. Genau. Und dann in zwei Monaten die nächste Kontrolle. Alles klar. Welch eine gute Nachricht. Kein neuer Tumor. Doch Julian weiß, seine Heilungschancen sind nicht hoch. Und dennoch ist er im Moment sehr glücklich. Wenn man dann eben das Gespräch hat, dass alles gut ist, dann ist das halt immer wieder so eine kleine Wiedergeburt. Und man hat irgendwie große Erleichterungen. Man weiß, man hat jetzt mindestens acht bis zwölf Wochen Ruhe. Und ja, das ist einfach ein schönes Gefühl dann. Lisa und Oliver machen Bilder für Instagram. Das fiel Lisa anfangs nicht leicht. Erst nach Ende ihrer Therapie macht sie ihre Krankheit öffentlich und stellt das erste Bild ohne Haare online. Ich finde, Krebs sollte einfach kein Tabuthema mehr sein. Und ja, ich wollte halt damit eben auch anderen Menschen Mut machen, die selber eben eine Glatze haben. Und dass sie sich nicht verstecken müssen, dass sie rausgehen können, genauso aktiv am Leben teilnehmen können, wie vorher, ohne sich verstecken zu müssen. Seither schreibt sie einen Krebsblog. Das Sich-Öffnen hilft ihr, besser mit ihrer Krankheit umgehen zu können. Das tat mir gerade gut, weil ich besonders in der Krankenhauszeit eigentlich fast nur mit älteren Leuten zusammen lag und mir immer gewünscht hätte, dass ich quasi auch jemanden in meinem Alter einfach zum Quatschen hätte. Und das gab es in der gesamten Zeit einfach nicht. Die Mails und Reaktionen der meist jungen Leser ihres Blogs wirken wie eine Therapie. Dabei bleibt ein Thema besonders schwer für Lisa. Seit acht Jahren sind Oliver und sie ein Paar. Schon lange war ihnen klar, dass sie einmal Kinder haben wollen. Viele in unserem Bekannten- und Freundeskreis sind auch vor kurzem Eltern geworden oder beschäftigen sich intensiver mit dem Thema. Und das ist natürlich immer ein Mulmix-Gefühl, komisch, weil man eben nicht weiß, ob man selber eben auch nochmal das Glück erfahren darf. Chemo und Bestrahlung greifen die Eizellen an. Daher könnten vor einer Behandlung Eier entnommen und zur späteren Befruchtung eingefroren werden. Wir sind gerade auf der Suche nach einem Geschenk für unsere Freunde. Die haben vor kurzem ein Baby bekommen. Und da suchen wir gerade ein passendes Geschenk. Für das Glück der Eizellenentnahme blieb Lisa keine Zeit. Nach der Diagnose musste sofort mit der Chemotherapie begonnen werden. So wissen beide nicht, ob der Kinderwunsch einmal erfüllbar wird. Wir wollten jetzt noch nicht sofort ein Baby haben. Aber jetzt halt, wenn man es nicht haben kann, natürlich nicht haben kann erstmal für fünf Jahre sicher, oder? Bist du ganz sicher sind, dass kein Nachfolgekrebs kommt? Ungefähr drei bis nächsten drei Jahre. Noch dann nicht ganz sicher, weil es ist natürlich eine andere Situation, unangenehmer. Jetzt hat man ja nicht mehr unbedingt die Wahl. Aber wir waren es erstmal ab. Vielleicht kommt ja doch alles ganz gut raus bei dem Test. Heute ist der große Kontrolltermin. Heute wird sich zeigen, ob der Tumor wirklich besiegt wurde. Man hat jetzt so viel durchgemacht. Und man ist jetzt einfach, seit die Therapie komplett vorbei ist, so glücklich, dass man wieder aktiv am Leben teilnehmen kann. Und man schätzt es so, so sehr. Jeden einzelnen Tag genießt sich so sehr. Und jetzt ist die Angst halt umso größer, dass alles wieder vorbei ist und dass jetzt weiter gekämpft werden muss. Dass vielleicht wieder irgendeine Therapie folgt und dass man immer noch nicht Ruhe hat. Lisa muss sich einem PET-CT unterziehen. Bei der Untersuchung wird ihr ganzer Körper Millimeter für Millimeter durchleuchtet. Es ist ja letztendlich das finale CT und wo sich entscheidet, ob jetzt auch die Bestrahlung angeschlagen hat, ob der Tumor nun wirklich vernichtet wurde. Und schon wahnsinnig große Angst, die ich eigentlich die letzten Monate ja gut verdrängt habe. Aber ich weiß letztendlich, wie man meine ganze Zukunft entscheidet, was dabei rauskommt und wie es jetzt weitergeht. Es ist soweit. Lisa muss zur Nuklearmedizin. Die Untersuchung dauert drei bis vier Stunden. In der Röhre hat man keine Musik oder kein Handy und nichts, nur diese Geräusche und ist mit seinen Gedanken allein. Also der Part gefällt ihm nicht besonders gut. Und ich kann auch nicht dabei sein, was auch blöd ist, weil da radioaktive Strahlung herrscht. Das heißt, ich bin immer in diesem Wartenzimmer verdammt, bis sie dann wieder rauskommt. Alles geht einem da durch den Kopf. Und da sind die letzten Jahre dann auch nochmal so eine Revue an einem vorbeigezogen. Und ob man sein Leben überhaupt schon genossen hat in vollen Zügen. Und da war eigentlich bei ihm ja klar, dass man noch nicht fertig gelebt hat und dass es mit 26 noch nicht vorbei sein sollte. Dieter Niederwieser leitet die Hämatologie und Onkologie an der Uniklinik Leipzig. Überraschend will er heute schon mit Lisa das vorläufige Untersuchungsergebnis besprechen. Das haben Sie sehr gut gemacht mit der Chemotherapie. Ich hoffe, es hat Sie nicht so sehr belastet. Naja, schön ist anders, aber ich hoffe mit einem guten Ausgang am Ende. Sehr gut. Sie hat seit einigen Tagen wieder mit verschiedenen Symptomen zu kämpfen. Die gleichen wie vor der ersten Diagnose. Ich habe seit einer Woche so einen leichten Hustenreiz im Liegen gehabt und ich einfach ganz furchtbare Angst habe, dass es da wieder gibt. Sie haben wieder einen Hustenreiz. Achso, wegen dem Hustenreiz haben Sie Angst, dass Sie schmecken. Das war ja vor der Bestrahlung auch noch ein Resthumor zu sehen. Ja, aber da war ein Restbefund. Ganz wenig. Aber ich will Sie jetzt da nicht drängen. Nein, das ist gut. Es ist ja besser als noch eine Woche zu warten. Wir haben den Befund bekommen, ich kann es Ihnen auch zeigen. Sie haben es ja gesehen. Wir haben da den CT jetzt aufgemacht, also nicht das, wo es leuchtet. Wir haben aber noch nicht den endgültigen Befund. Das dauert noch zwei Tage zumindest. Und bis wir dort das ausgemessen haben, auch die Densität, können wir sagen, dass es weniger geworden ist. Das heißt nicht, dass es weg ist, aber es ist weniger geworden. Und das ist ja mal eine positive Nachricht. Wir müssen dort auch schauen, wie sich das Ganze auf die Dauer verhält und dann können wir noch einmal einen Termin ausmachen. Einverstanden? Einverstanden. Gute Nachrichten. Vom Tumor ist zwar noch ein winziger Rest vorhanden, aber er ist nicht gewachsen. Und das Wichtigste, der Krebs hat nicht gestreut. Die Universitätsklinik Aachen. Hier wurde Carolina zweimal ein Hirntumor entfernt. Hier bekam sie ihre Strahlentherapie. Obwohl Carolina schon 20 ist, wird sie weiter auf der Kinderkrebsstation betreut, weil sie schon als 16-Jährige hier behandelt wurde. Heute hat Carolina einen Gesprächstermin bei ihrer Therapeutin Britta Koch. Die Diplom-Psychologin ist Spezialistin für Kinder und Jugendliche mit Krebs. Die Jugendliche, die eigentlich in der Zeit sich vor dem Elternhaus lösen sollten, die keine Bevormundung und keine enge Betreuung mehr wünschen, sondern die nach außen ins Leben drängen, die Zukunftspläne haben, auch schon genau wissen, wie sie diese umsetzen und eigentlich weg von dieser Abhängigkeit wollen. Und mit der Erkrankung stürzen wir die eigentlich genau wieder in das Umgekehrte rein. Das heißt, sie regredieren, sie sind von uns abhängig. Das widerspricht eigentlich genau den Bedürfnissen, die Jugendliche in der Zeit haben und wo man auch Rücksicht drauf nehmen muss. Es ist ja heute das erste Mal nach der Reha. Du hattest immer Kopfschmerzen. Genau, da war ich ja beim Augenarzt. Ja, dann wurde direkt der MRT gemacht. Am Abend um 11 Uhr spät erfahren, dass ich krank bin. Aus dem Leben gerissen worden. Von einem Augenblick auf den anderen bin ich auf einmal krank und denke so, was ist los. Genau, und ich glaube, das macht es auch so schwierig, Carolina, dass man von einem Augenblick, ohne dass man es spürt und dass es eine gewachsene Sache ist, von sich ganz gesund fühlen bis todkrank sein, wo das Gehirn diese schnellen Wechsel einfach nicht nachvollziehen kann. Normalerweise entwickelt sich eine Erkrankung. Die Perücke war sehr beeindruckend, also du konntest dich gut dahinter verstecken. Ja, das stimmt. Das wissen wir, das früher war mit meinen langen Haaren, das war wirklich mein ein und alles, meine Haare. Die haben mir gezeigt, dass es nicht schlimm ist, kurze Haare zu haben oder gar keine Haare. Die Perücke einfach fallen zu lassen, also sozusagen den Vorhang einfach fallen zu lassen. Du hast dich lange Zeit hinter deiner Perücke auch versteckt. Ja, und dann habe ich endlich wirklich auch die Krankheit akzeptiert. Vorher war ich immer so, ich will nichts damit zu tun haben. Aber woran merkst du denn, dass du die Krankheit akzeptiert hast? Ich weiß jetzt, dass ich nicht alleine bin und ich weiß genau, dass andere Menschen das auch durchgemacht haben und die jetzt genauso glücklich sind und halt sich selbst auch akzeptieren. Allein hätte ich es wirklich nicht geschafft, vor allem nicht ohne sie. Mich freut das, mich freut das echt sehr. Carolina hat gelernt, ihren Krebs zu akzeptieren. Und sie weiß, dass er auch wieder zurückkommen kann. Vor drei Jahren hätte ich es auch nicht geglaubt, dass er nochmal zurückkommt. Ich hoffe es natürlich nicht, aber ich kann es ja nicht wissen. Ich denke mir, lieber bin ich jetzt gesund und kann mein Leben noch leben und wenn ich alt bin, da bin ich halt alt. Und wenigstens habe ich dann schon alles erlebt, was ich auch erleben wollte. Ich denke mir, liebe Leute. Ich danke dir. Ja, ich danke ihm. Ich danke dir. Ihr habt ihr habt euch, ihr habt eure Arbeit und ihr habt ihr habt.